Ich bin gerade den Berg runtergefallen. Echt? Wo? Von dem Stein hier? Ja. Oh, ich seh's. Ich bin hier hinterher gefolgt, sozusagen. Ich bin hier geholfen. Ich bin hier geholfen. Ich bin hier geboren. Ich bin hier geboren. So, weiter geht's. Noch ein Teleport. Moment mal. Du hast auch einen Bogen. Ja. Ja, ist klar, ich schieße hier und die Krumms dann genau an mir vorbei. Die rennen auf mich. Oh mein. Jetzt sind die aus... Oh mein Gott. Jetzt sind die aus dem, ähm, Tor. Die sind noch durchgekommen. Jetzt noch mal 7 oder so. Da ist immer was zu tun. Oh, Tränke sind leer. Ja. 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 Jetzt habe ich wieder einen Heiltrank. Okay. So. So, das war's. Oh, ich glaube, das ist mir das letzte Krummlager, oder? Ja. Ja. So, und ich bin gleich wieder level 8. Ich auch. Aber wir leveln gleich. nicht. Ah, jetzt. Hab dir ein bisschen Verstärkung geschickt. Sehr nett. Beschwörungsfrei. Aber ich glaube, der hält noch nicht so lange. Ja, aber der explodiert dann und das macht dann den Schein. Bin auch nicht so sonderlich viel. Oh, hier unten im Stein steht noch einer. Der will sich mit mir anlegen. Die Sohn jetzt die spinnen. Ja, die spinnen. Oh Gott. Oh, hier ist noch so ein kleiner Bastard. Ich will unbedingt. Was war's das? War das bei dem Krummlager nicht die Stelle mit dem extremen Fehler? Ja. Im Felsen? Mhm. Das können wir euch ja irgendwann später nochmal zeigen. Da gibt's aber noch mehr Stellen. So. Das funktioniert eigentlich bei allen solchen Felsspalten. Oh. Scheiße. Ich bin da noch nicht. Scheiße. So. Ich renne auch schnell hier hoch. Oh. Oh. Die können ja die Treppe hoch. Das mir noch nie aufgefallen. Ach. 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 Beschwörungsfrei. Ach. 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 Schussfall. Ach. Zeh. Schussfall. Haben Sie machen. Die Waffe ist gut. Echt? Hast du ne ne neue? Ja, ich hab auch ne neue. Der ist ziemlich gut. Die Waffe ist gut. Ja, ich hab auch ne neue. Jedenfalls um einiges besser als die andere. m die sind schmerzdeutsch noch eine spiel durch Ja, was ist denn denn für eine Waffe? Wie heißt die Waffe? Ah, jetzt. Spalter, Dreikant. Okay. Was ist das für eine Verarsche? Die Spinne geht auf mich, obwohl ich... ...nein Beschwörungspfeil gemacht hab. Schnell! Komme mir zur Hilfe. Die Spinne killt mich fast one-hit. Ich hab schon angesetzt. Jetzt. Sehr schön. Wahrlich, untote scheinen eurer Spezialität zu sein. Ich kann spüren, dass der böse Geist zur Ruhe gekommen ist. Aber nun der schwierige Teil. Wir müssen die Mine zusammen durchqueren. Was ist? Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Ich weiß, ihr könnt mit mir Schritt halten. Gut, dann haben wir das geschafft. Dann sehen wir uns zu einem weiteren Video-Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.